Jo Leute kurze Streamingkündigung, um 14 Uhr werden wir wieder ein bisschen Evolven, heute wieder mit dabei Seifo, Steffi, Exe auf jeden Fall Und ich denke mal der ein oder andere wird dann auch noch in den Teamspeak schneien Von daher auf jeden Fall heute wieder ein paar Random Games, also 14 Uhr auf Twitch, der Link wie immer unten in der Videobeschreibung Wir sehen uns dann gleich ingame, ich freue mich und ja wir werden wieder so bis 17, 18 Uhr machen, irgendwie sowas in dem Dreh, also bis gleich, tschau tschau